Hallo Leute, das heutige Video hat einen sehr traurigen Anlass, denn diese schöne Pflanze hier hat angefangen zu blühen und da musste ich mit Entsetzen feststellen, es ist eine männliche Pflanze, mit der man nichts anfangen kann. Das heißt, ich kann weg. Hier habe ich auch noch versucht zwei Ableger zu machen, zwei Stecklinge. Folglich sind die ja auch männlich, die können dann nur auch weg. Dann können wir ganz einfach diese Klammern nehmen, abmachen, die Pflanzen hier rausziehen, wegschmeißen, das Wasser hier reinkippen und diese Klammern hier auch wegräumen. Auch die große Pflanze können wir entsorgen. Dann machen wir erstmal alle Klammern und Bänder ab hier. Also der Geruch, den sie verströmt, ist schon der Richtige eigentlich. Na ja. Gut, wir köpfen sie jetzt ab. Also, amtlich, amtlich, amtliches Ding. Gut durchwurzelt ist sie ja, muss man sagen. Und einen amtlich dicken Stamm hat sie auch bekommen. Hier, hier hat sie gestanden. Den Eimer lasse ich mal drin. Wer weiß, wofür es noch gut ist. So, hier gibt es noch einen, der Interesse hat, in der Pflanze hat. Oder doch nicht. Wurzeln, Wurzeln, Wurzeln hier. Und da unten kommen schon welche raus. Oh, die Schere ist zu klein hier. Da muss man schon eine Astschere nehmen. Eine große. Das kriegt man nicht mehr auseinander. Der muss wohl am Stück in die Tonne. Als ob da dann auch immer noch eine Angelegenheit ist. Das ist sehr gut. Wie ist es? Das ist ja, ich bin ein Typ. Matthias Wille, das ist ja, ich bin ein Typ. Erste, der Klammern und Bänder das Klammern unsichstelle. Bis zum nächsten Mal. Und da, wenn du dich schon mal in der Tatlücke viel dabei hast, Ja, würde ich mal sagen, das Loch füllen wir mit Erde auf. Mit Erde, die ich schon aus den weggeschmissenen Tomaten und Chilis geholt habe. Untertitelung des ZDF, 2020 Tschüss!